Die ehemalige Burg Bielstein im Höllental, erbaut 1120, belagert 1291, abgebrochen 1594. Wir haben jetzt das Jahr 2018. Es steht immer noch ein Teil des Mauerwerkes, vom Bietstein im Höllental bei Albungen. Hier der fast zugeschüttete, frühere Brunnen. Ein neuzeitlicher, topografischer Punkt. Jetzt der Blick vom Bielstein Richtung Hoher Meisner. Unten rechts das Gasthaus Frau Holle. Der Bielstein, wunderbar gelegen im Höllental. Mit der Sage vom letzten Bielsteiner, der belagert wurde. Und die Belagerer dachten, warum verhungert er nicht? Er hatte einen geheimen Gang unten in das Höllental zu einer Bäckerei und konnte dort verpflegt werden. Als die Belagerer das merkten, spannte der letzte Bielsteiner so die Sage, sein Fuhrwerk, seine Kutsche auf der Mauer und stürzte sich zusammen mit seiner Familie hinunter in das Tal. Das war die Sage des letzten Bielsteiners. Dort unten nochmal schön das Höllental mit dem Gasthaus Höllental und im Hintergrund der Hohe Meisner. Wir sind hier auf dem Bielstein im Höllental nahe Albungen im Werra Meisner Kreis. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.